Ich bin sicher, ich nehme sie. Schnell, nach draußen! Werwolf? Oder hat da nur jemand geschrien, weil es falsch war? Mutter, du bist wieder da. Alles wird gut. Dir wird es gut gehen. Tami, ich sterbe. Ihr geht's schlecht. Ist wie im Delirium. Sie weiß nicht, was um sie herum geschieht. Du bist schwach. Musst dich ausruhen? Nein. Hör zu. Die Murmen. Ich sollte für immer ihr Monster sein. Du hast den Zauber gebrochen. Doch, nun muss ich gehen. Wovon redet sie, Hexer? War es doch die falsche Puppe. Die Murmen haben uns betrogen. Ihr Fluch ist ein Todesurteil. Er lässt sich nicht aufheben. Zumindest nicht so, dass Anna leben könnte. Wir haben ihren Fluch vorübergehend gebrochen. Teilweise. Jetzt nimmt das Schicksal seinen Lauf. Was? Was soll das heißen? Sie stirbt. Es ist schön, euch zusammenzusehen. Tut mir leid, Anni. Für alles. Es tut mir leid. Mutter. Tami. Erinnerst du dich? Der Tag an der Ina. Natürlich. Die süßen Pflaumen. Dein blaues Kleid. Und du hast mir einen Blumenkranz geflochten. Wir haben den ganzen Tag gelacht. Bitte, behalte mich so in Erinnerung. Nein! Ich danke dir. Sie konnten sich wenigstens verabschieden. Dank dir. Ich hätte gerne mehr getan. Komm, mein Kind. Das ewige Feuer wird deinen Schmerz lindern. Lass mich in Ruhe. Deine Bezahlung wartet auf Krähenfels auf dich. Hol sie dir dort ab. Was war das? Ich weiß. Das macht es auch nicht leichter. Der Schmerz wird vergehen. Das würde ich sehr gerne glauben. Nehmen wir einen Moment. Aber dann müssen wir sie begraben. Und nach Novigrad zurück. Also gut. Ach so. Wir müssen die Einladung zusammengehen. Wenn sie sich sammeln kann. Wenn sie sich vermieden. Kehren wir nach Novigrad zurück. Wir machen mit den Hexen kurzen Prozess. Und dann bist du dran. Keine Sorge. Wenigstens konnten sie sich verabschieden. Können wir nochmal mit ihr reden? Lass mich! Alter, was wäre wohl passiert, wenn wir die falsche Puppe genommen hätten? Ich habe die Blume nur genommen, weil ich davon alleine niemals drauf gekommen wäre. Ich hätte, wenn die nichts dazu gesagt hätten, hätte ich die Puppe mit der Perle genommen. Wegen der Kette. Was wäre dann wohl passiert? Ob sie dann böse geworden wäre und alle angegriffen hätten, sodass sie sie hätten töten müssen? Alter, das Spiel macht mir voll die Gänsehaut. Und das macht extrem süchtig. Äh, Wölfe. Macht's gut. Oh, was? Ich mag die Kampfmusik. Okay, steck ab. Hallo? Hallo? Komm näher. Einfach einmal zerstochen. So. Komm, ist die Wölfe noch her, oder was? Warum wurde mir das hier aber als Quest angezeigt? Was muss ich hier machen? Hm. Keine Ahnung. So, plötzlich kommt es wieder her. Guck mal, das sind die beiden. Das sieht voll lustig aus. Kann man eigentlich, wenn man so schaut... Warte mal. Ne, okay, ich stehe eh plötzlich im Weg. Ich wollte gucken, ob man da irgendwie so ein Stück Wirbelsäule sieht oder so. Aber da ist nichts. Ist vielleicht auch besser so. Wir trinken mal einen Schluck Schwalbe. Falls wir unerwartet nochmal kämpfen müssen. Aber die Mumen konnten wir jetzt trotzdem nicht töten. Das regt mich ein bisschen auf. Ich hab die so gerne noch getötet, die... Ach ja. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht was anderes gemacht hätten. Irgendwo was anderes ausgewählt hätten. Ob wir die dann vielleicht hätten töten können. Ich hab keine Ahnung. Komm schon, Plätze. Hm. Plätze, ich schwimme rüber. Ich ruf dich dann drüben, ja? Bis gleich. Es sind lauter Trunkne im Nachblick und... Ey, das ist gar nicht so tief. Ich dachte, hier geht's voll weit nach unten. Na gut, ist ja noch ein Fluss. Ist klar, dass es da nicht ganz so tief ist. So, Plätze, kannst du schon kommen? Ja, da. Ja, kommt mal runter. Macht's gut. Ich hausche ihn ab. So, durch den Wald. Da hat wieder ein Wolfsgrudel, nehme ich an. Oh, das sind die einzigsten Monster, die in so großen Rudeln zusammen sind. Ähm, hallo? Ah. In den Bäumen stecken die Biele. Aber was wir jetzt immer noch nicht haben. Zutaten für eine Bombe. Und ich weiß immer noch nicht, wo wir die herbekommen sollen. Wir können ja... Äh. Wir können ja gar keine Bombe herstellen. Wir haben ja überhaupt nichts von den Zutaten. Wir brauchen ja... Ähm. Ach, ja, jetzt. Verdammt, es fällt mir... Sie sind vertrind worden wie noch wie gerade Huren. Ja, ja. Es fällt mir das eigentlich ein. Wie heißt es? Ich weiß es nicht. Egal, wir haben es nicht und ich weiß auch nicht, wo wir es herkriegen sollen. Achtung, Kind. So, dann holen wir mal unsere Belohnung. Sprechen erst mal mit dem Baron. Ob das noch was zu sagen hat. Langsamer. Oh. Scheiße. Was ist passiert zur Hölle? Er hat sich aufgehängt. Das ist doch offensichtlich. Alter. Was? Warum? Also, ich weiß schon wegen seiner Frau, aber... Alleine oder wart ihr ihm behilflich? Wofür zum Teufel hältst du mich? Für einen Mörder? Er war, was er war. Ein Bastard. Aber ich hab ihn respektiert. Muss ich zwischen einem großen und einem kleinen Übel wählen, wähle ich lieber gar nicht. Normalerweise steht aber zu viel auf dem Spiel. Manchmal ist es geringfügig besser, das größere Übel zu wählen. Als ich die Weisen im Sumpf rettete, konnte ich nicht ahnen, dass Anna sterben würde. Nie hätte ich gedacht, dass der Baron sie zurücklässt, sich einen Strick sucht und sich aufhängt. Meistens trifft man eine Wahl und blickt dann nie mehr zurück. Er hat alles verloren, was ihm wichtig war. Kein Wunder, dass ihm das den Lebenswillen geraubt hat. Ihr seht aber nicht sehr betroffen aus, du und deine Männer. Wäre es dir lieber, wenn wir hier heulend rumhocken? Der Baron war ein guter Soldat. Aber es hat ihn weich gemacht, sich in Krähenfels niederzulassen. Wir ziehen jetzt andere Seiten auf. Kann ich mir vorstellen. Alles verdammt nochmal, nur weil wir das Pferd befreit haben. Hätten wir das Pferd nicht befreit, hätte das Pferd... Danke. War's das? Ja. Hätten wir das Pferd nicht befreit, hätte das Pferd die Kinder nicht mitgenommen. Hätte das Pferd die Kinder nicht mitgenommen. Wären die Mumen nicht böse gewesen... Stoffpuppe. Dann wären die Mumen nicht böse gewesen auf Anna. Hätte... Hätten die dann nicht verflucht und sie würde noch leben. Das Pferd hätte nicht das Dorf ausgelöscht. Scheiße. Wir haben die schlechteste Wahl getroffen, überhaupt. Wir haben das Schlechteste gewählt, was man überhaupt wählen konnte. Du hast einen Beruf. Das bedeutet weniger Hunger für dich. Boah, Alter. Was können wir denn noch machen? Ja. Wir können jetzt halt nicht mehr gegen ihn spielen. Ah, wir können jetzt im Arbeitszimmer nachsuchen, okay. Super, noch Sachen von Toten klauen. Hi. Hi. Macht ihr irgendwas? Lass uns Hinkebein was zu essen geben. Der würde bestimmt sogar sein... Alles neu, wie wir dieses verdammte Pferd freigelassen haben. Weil ich dachte, das lügt schon nicht, wenn es dort eingesperrt ist. Das wird schon die Wahrheit sagen. Ist bestimmt lieb. Das gibt's doch nicht. Hier klauen wir ihn auf seine Karten. Super. Nee, noch nicht. Nein, Notizen. Oh, wir haben Schwerter bekommen. Deine Axt. Ist alles schlechter, okay. Nilfgaardische Forderung. Und Hinab einen. Sehr gut. Philipp Strenger. Dein Nachschubsproblem schert uns nicht. Der Pakt zwischen uns ist eindeutig. Die kaiserliche Nilfgaard besteht darauf, das kaiserliche Nilfgaard besteht darauf, dass du ihn einhältst. Suchst du das Nichts in unserer gegenseitigen Verpflichtung null und nichtig. Von deinen Privilegien werden wieder rufen. Mein Gruß. Havert-Van-Möhr-Höhn oder sowas. Feldmarschall- Feldmarschall- Feldmarschall-Pfielshaber. Der Zentralarmee. Hier einfach mal, damit die Sternchen da wechseln. Hier mal kurz durchgehen. Die Stoffpuppe. Die Stoffpuppe. Und die Notiz des Barons. Bootsbau aus Erzdorf hing aufs Ganze und hatte fürchterliches Pech. Männer zum Eintreiben schicken. Hatte das Geld nicht, müsse seine Karten herhalten. Nie wieder mit dem irren alten Sack aus Benkelheim spielen. Vielleicht kann er wirklich hell sehen. Meinen Finte hat er jedenfalls durchschaut. Okay, seine Karten sind wahrscheinlich bei dem alten... Bei irgendeinem alten Arzt Benkelheim, okay. Wir haben was Schlechtes, Tübel. Ich muss immer wieder sagen, weil ich... Siege den Wachsager und nimmt die einzigen Karten ab. Siege den Mann in Ersterhofer und nimmt die einzigen Karten ab, okay. Wir... Aber was machen wir denn jetzt? Das Ding aus den Summen. Das machen wir noch nicht. Kreischling. Achso. Ich guck nochmal, was wir brauchen, um das herzustellen. Das sind ja alles nur Absurde. Das sind Substanzen. Alkohol, irgendwas. So, wir brauchen... Salpeter. Und... Das schreib ich mir mal auf. Dann kann ich jedesmal, wenn wir irgendwo bei einem Verkaufsmenschen sind, ähm, kann ich das dann nachgucken. So, wir brauchen... Salpeter. Und das Calcium... Äh, kann ich gar nicht lesen. Calcium. Equum oder sowas. Und... Huch. So, mach das nochmal zu. Und hier brauchen wir... Nur noch Salpeter, okay. Es wäre nett, wenn man auch erfahren wird, woher man diese Zutaten bekommt. Aber was stelle ich für Anforderungen? Mh, mh. Soll man alles schön selbst finden. Wir haben... Ich kann mal ganz kurz gucken. Äh, hä? Gorgos. Das war also gar kein Basilisk. Ich dachte, das heißt Basiliskas-Vieh. Okay. Dann hieß meine eigene Folge ganz falsch. Naja. Das ist der Kreischling. Na toll. So, aber irgendwo... Hier, oder? Liegt er? Oh, schön. Biest, Unhalt. Mit großem Bedauern muss ich euren Gnaden mitteilen, dass eures Gnadensohn bei der Jagd auf ein Biest gefallen ist. Er war auf der Stelle tot, wie auch seine Knappen, sein Führer, sein Treiber, seine Bauerngefolgschaft und sein Hund. Carvin Jell verwaltet das Anwesen von... äh, der Wille Pines bei Vysima. Biest... Okay, hier ist einfach noch Biest. Biest sind lebende Muskelberge mit Hirnern und großen Zähnen. Ja, ich hab's gemerkt. Wie ihre Selden verwandten, die Bam, Bum, Batsch, Wetsch oder sowas, leben sie in dichten Wäldern, sümpfen und mohren. Menschen gehen sie nach Möglichkeiten aus dem Weg, aber wenn diese nicht... wenn dies möglich ist, töten sie mit Leichtigkeit. Habe ich gemerkt. Das ist der kleine Göttling, das sind die wunderbaren Noemen. Wir müssen noch gegen die kämpfen, glaube ich. Wir haben hier was gegen die hilft. Haben wir irgendwas? Ah, fehlgebrochen. Ich will mal ganz kurz gucken, haben wir hier irgendwas Neues? Ach, Hannah, ne? Endlich tot. Die kennen wir ja alle schon. Die Hybride, die greifen. Harpchen. Insektonoide oder sowas. Nekrophage. Das sind die Algoole, die Atomen, weil die alle die... die Toten essen. Die wunderhübschen Necker. Okay, da sind wir durch. Mal ganz kurz gucken, ob wir hier irgendwie... ne, Handwerkszutaten, das ist das nicht. Ich guck trotzdem mal durch, einfach aus Prinzip. Ey, guck mal, wir können das herstellen, das ist besser. Ich guck mal kurz durch. 70. Da fehlt uns aber noch was. Und die Stufe fehlt uns noch. Oh, hier auch. Okay. Plunder. Heft. Super. Stab, wir können das alles nicht herstellen, okay. Gut. Ähm, hab ich jetzt schon ne Quest ausgesucht? Das hab ich hier die ganze Zeit rum gemerkt. Ne, hab ich noch nicht. Damit warten wir mal noch. Gewinnt. Hm, haben wir jetzt schon gemacht, wir machen mal das da. Gucken, wo ist das? Da drüben im Hinten Tal, da waren wir noch nie. Glaube ich. Sag ich bei jedem. Ich hab keine Ahnung, ob wir da schon mal waren. Und Erfahrungspunkte für was auch immer. Wahrscheinlich, weil wir diesen Brief eingesammelt haben. Und hier leben alle einfach weiter. Als ob nichts passiert wäre. Die sammeln sich immer mehr. Ob sie trauern, weiß ich nicht. Aber sie stehen zumindest da und denken wahrscheinlich über ihren alten Baron nach. Ich mach mal ganz kurz ins Eventar, tut mir leid. Wollen wir unsere tolle Reise weiter machen. Hier lege ich mir nämlich mal wieder unten Essen hin. Und Schwalbe lege ich mir wieder oben hin. So, und dann möchte ich nämlich noch kurz meditieren. Und zwar bis morgen früh. Kann ich nicht tun, weil ich auf Plötze sitze, ehrlich. Plötze, du bleibst neben mir und ich meditiere neben dir, okay? So, um die Tieren. So, das war um früh um sieben. Das ist immer eine gute Zeit. Gluck, gluck, gluck. Irgendwas ist aufgefüllt. Fängt den denn niemand ab? Ach ja. Was die Trauer alles mit Menschen anstellt. Wenn man sich fühlt, als würde die Trauer den ganzen Körper legen oder den ganzen Körper von innen auffressen. Und man weiß einfach nicht, was man tun soll. Und dann sehen manche halt den einzigsten Ausweg darin, sich zu töten. Und wenn man sich erhängt, muss man, glaube ich, wirklich sehr verzeugt gewesen sein. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Wo kam der überhaupt her? Woher soll ich das wissen? Wenn du so neugierig bist, frag ihn doch selbst! Du! Denkt euch mein neues Gesprächsthema aus. So, auch wenn der Baron tot ist, wir werden weiter in seinem... ... in seinem Land... ... für Ordnung sorgen. Hallöchen. Wir gucken erstmal beim Händler vorbei. Wir waren hier vorhin schonmal. Was? Hast du was interessantes? Krügelt sich. So, wie wär's mit Salpeter? Das sieht erstmal nicht nach Salpeter aus, aber er hat Gewindkarten. So. Waffenreparatursets. Das kaufe ich erstmal. Das auch. Also das... Keine Ahnung. Wir kaufen alle Karten, die wir uns leisten können. Ne. Ne. Ich hab grad überlegt, ob das ne Falle ist, aber da steht der Köter dabei. Dann wird's keine Falle sein. So. Wir verkaufen... ... das Zeug, was wir nicht brauchen. Oder besser gesagt, was nicht besser ist als unseres. Die behalten wir. Das... ... mach ich weg. Ne, da müsste ich vorher die Hune rausholen. So. Lass uns mal spielen. Wie wäre es mit deiner Party, Gwyn? Habe ich dir gerade alle Karten abgekauft? Jetzt kämpf ich gegen dich. So. Rein mit euch. Gucken, haben wir hier irgendwo wieder neue. Hm. Ob wir mit denen schon kämpfen können? Ich weiß nicht. Ich bleib mal lieber hier noch. Mir gefällt die Windmusik. Neulich hatten wir mal keine, gell? Ich erinnere mich. Das kommt weg. Hm. Wir haben zwei so Typen, die besser werden, wenn sie nochmal einen mit dem gleichen Namen haben. Ich wette, wenn wir einen weg tun, bekommen wir den gleichen nochmal. Ne, super. Wir haben nochmal Glück an die Kälte bekommen. Na, ganz toll. Hm. Wir haben verdammte vier Wetterkarten. Wir haben verdammte vier Wetterkarten. Ja. Bringt uns also nichts. Dann hol ich dich noch nach vorne. Dann tröde ich mit dir da vorne. Tröde, tröde. Und dann lass ich's regnen. Ich passe mal. Das ist echt scheiße mit den Wetterkarten. Vor allem, dass wir die Glück und die Kälte doppelt haben. Es regnet schon. Falls du's nicht bemerkt hast. Hey, danke. Warum hat er jetzt nochmal so viele Karten gelegt? Das hat ihm überhaupt nichts gebracht. Dankeschön. Wir könnten das jetzt sogar noch schaffen. Der hat zwei Karten. Der Hebel bringt nicht viel. Wir haben da vorne eh niemanden drinsitzen. Äh, passt. Wir haben noch diese Karte. So. Und wir haben gewonnen. Schön. Gewinnt. Funktioniert langsam. Echt gut. So, wir können jetzt... Oh, wir haben ein Ghoul bekommen. Cool, ein Ghoul. Äh, ich möchte noch ganz kurz... Hier gibt's keinen Schmied. Okay. Dann... Machen wir das halt mal selbst. Selbst ist der Mensch. Nein. Immer die falsche Taste. Falsche Taste. So, jetzt Weltkarte. Konnte ich auch selbst... Die Taste ist voll laut. Die hört man aber bestimmt in der Aufnahme. Wir haben niemals die Dinger durchgelesen. Vielleicht machen wir das mal irgendwann auch. Zumindest ein bisschen. Aber nicht jetzt. So, wir können das nicht. Ich hab geguckt, ob wir selbst zerlegen können. Bist du verrückt geworden? Oh, sorry. Wollte ich nicht. Hey du. Worum geht's denn? Was soll aus mir werden auf meine alten Tage? Ein Bauernrübel verwehrt mir ein Dach überm Kopf. Ich bin die Tochter eines Edelmannes. Mein Bruder und ich, wir haben das Herrenhaus jahrelang verwaltet. Und was ist passiert? Was ist mit ihm passiert? Eines Tages kam ein Reisender. Ein Jäger. Wir haben uns verliebt und kurz darauf geheiratet. Wir wollten das Herrenhaus verlassen. Mein Bruder war beleidigt und hat mich nicht mal verabschiedet. Jahre später kam ich zurück. Hab ihn aber nicht gefunden. Die Leute sagen, Monster hätten sich in unserem Haus eingenistet. Ich könnte mich um die Monster kümmern. Du bist ein Hexer, richtig? Kein normaler Mensch würde das tun. Keine Sorge. Für mich sind alle gleich, solange sie ehrlich sind. Das Haus liegt östlich von hier. Nimm den Schlüssel. Wenn du die Bestien vertrieben hast, such nach einer Truhe. Das ist mein Schatz, mein Erspartes. Es gehört dir. Und was ist mit dir? Ich brauche nur ein Dach über dem Kopf. Und wenn es notwendig ist, kann ich andere Erbstücke verkaufen. Ihr Hexer arbeitet ja nicht umsonst. Ich würde dich nie ohne ehrliche Bezahlung gehen lassen. Die Götter beschützen dich. Eine ehrliche Frau. Jetzt brauchst du doch gar nicht mehr weiter zu weinen. Okay. Wir haben einen neuen Auftrag. Und diesmal hoffentlich ohne so viel Trauer und Tod. Ähm, halt abgebogen. Also überhaupt nicht abgebogen, besser gesagt. Ich hoffe, ich cho meine z coalitione Wundenberg. Wir machen einfach zurück. Wir setzen euch bei Bezug auf eure Verpasust. Oh nein. Vielen Dank.